Hier sehen Sie die VCX 600i von Hurco. Das ist ein Fünfachs-Bearbeitungszentrum in Fahrständerbauweise mit Dreh- und Schwenktisch. Interessant ist das für den allgemeinen Maschinen- und Formenbau mit Schwerpunkt Einzelteil- und Kleinserienfertigung. Das Besondere an der VCX 600i ist 1. Die optimale Ableitung der Zerspanungskräfte durch eine intelligente Tischkonstruktion. 2. Die bestmögliche Schwingungsdämpfung durch ein Maschinenbett aus Hydropol. 3. Das ergonomische Arbeiten durch eine bedienerfreundliche Tischzugänglichkeit. Die VCX 600i ermöglicht eine Fünf-Achs- und Fünf-Seiten-Bearbeitung eines Werkstücks. 4. Die bestmögliche Schwingung des Bergens Schwenktes. 5. Die Fünf-Seiten-Bearbeitung des Bergens Schwenktes. 5. Die Bedeutung des Bergens Schwenktes.